Geht schon mal vor, ich muss Marinette noch kurz etwas sagen. Du hast uns nicht alles erzählt, stimmt's? Eine Journalistin und beste Freundin hat ein Gespür für sowas. Ich versuche es nicht rauszufinden oder aus dir rauszukriegen. Wenn du mir dein Herz nicht öffnen kannst, ist das in Ordnung. Sind wir trotzdem noch Freundinnen? Marinette, ich bin deine beste Freundin und das werde ich immer sein. Deswegen macht es mich so fertig, dir nicht bei dem helfen zu können, weswegen du dich so allein fühlst. Aya, warte. Leib. Du hast recht, ich bin allein. Mehr als jemals zuvor und ich kann es kaum noch ertragen. Weißt du, wieso ich mich von Luca getrennt habe? Nicht, weil ich ihn nicht mag. Er ist fantastisch. Weil es etwas gibt, das ich ihm nicht sagen kann. Weißt du, wieso ich Adria vergessen musste? Aus genau demselben Grund. Du hast recht, ich habe Geheimnisse. Ich lüge die ganze Zeit. Ich belüge meine Freunde, meine Eltern, einfach jeden. Und das Schlimmste ist, ich habe überhaupt keine Wahl. Doch, man hat immer eine Wahl. Nein, diesmal nicht. Es geht nicht anders. All das ist größer als wir, ja. Viel zu groß. Wenn es so groß ist, kann man zu zweit besser damit umgehen. Wenn ich es dir sage, ist zwischen uns nichts mehr wie vorher. Es bringt alles durcheinander, zerstört es vielleicht sogar. Marinette, ich bin deine allerbeste Freundin. Und ich... Ich bin Ladybug. Ich bin Ladybug.